So und weiter geht es direkt mit dem nächsten Part. Ich habe es doch noch geschafft, den Part für den vierten fertig zu rendern. Der ist jetzt gerade am Hochladen und ja, ich bin jetzt glaube ich beim Part für den sechsten ersten. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz so sicher. Ähm, ja. Wir wollten ja hier jetzt kampieren. Wirklich auch ein bisschen heilen. So. Und dann nochmal ein bisschen was essen. Boba-Creme-Beeren-Suppe. Ja, das klingt doch super. Sehr schmackhaft. Apropos, ich muss ja auch noch vorbereiten. Na gut, ich habe ja noch, glaube ich, ein, zwei Stimmen, bevor man von Hause kommt. Ich kann nicht schlafen. Kannst du schlafen? Nein. Oh nein. Leute. Hm. Does it involve being butt naked? It makes things easier. Interesting. Does it involve a physical effort? Pretty much, yeah. Does it require some creativity? Oh Leute. Oh, bei solchen Vorlagen. Ähm. Okay, warte, ich muss ja ganz kurz eine Titel machen. Ich schreibe mir ja mittlerweile nebenbei immer so die Parttitel auf für manche Sachen, wo es halt einfach richtig gut passen könnte. So, okay, warte. Okay. Okay. Okay, wo ist das Vieh hin? Ja. Okay. Okay. Ja, schön, jetzt hält er wenigstens wieder seine Hose. So, jetzt bin ich leicht verwirrt natürlich, mal wieder. Oder hier sind wenigstens keine oder kein Rost. Können wir aber wunderbar Nahrung sammeln, denn die brauchen wir. Ja. Ach, kriegen wir einsam. Ich wollte grad sagen, hä? Okay, wo geht's hier hin? Ich möchte einfach mal wissen, wo es hier hin geht. Uh, was ist das denn? Ah, auch Bobanüsse. Boxen hier jetzt ganz anders teilweise. Ja, das klappt immer super. Ich bin einfach. Ich denke mir manchmal echt, sag mal, reicht's aber so langsam. Und beruhigen. So, ja, ja, Rost. Okay, damit kommen wir jetzt auf jeden Fall da rüber. Das können wir gleich untersuchen. Wäre es wichtig, wenn sie hier komplett haben. Achso, ähm. Und. Uh, okay. Ah. Das war ja hier noch die eine Richtung, wo es weiter ging. Okay. Okay. Ich bin gespannt, wie man da hinkommt. Soll ich dann aber hier so rum. Uh. Was war hier? Ah, ne, das war nur das da. Okay. Uh. Wie wir dann wieder hochkommen wollen, weiß ich nicht. Aber. Darf mal schauen. Another one. Da auf jeden Fall nicht. Da auf jeden Fall nicht. Da auch nicht. Am Ende kommen wir hier nie wieder raus. Wir bleiben hier unten gefangen. Tatsächlich. Tatsächlich. Bleiben wir hier unten. Also. Wir bleiben hier unten wirklich gefangen, oder? Ne, da. Okay, damit kommen wir rüber. Hui. Oh, da hinten ist wieder einer. Da. Um Korb. Um Korb. Um Korb. Um Korb. Ich trau mich an dieses Ding da nicht dran. Die sind echt hart, diese Korpskämpfer da. Ein bisschen Respekt hab ich für den. Wir müssen uns auf jeden Fall wieder aufladen. Nein, ich will mehr Cremebeeren haben. Ja, ja. Für später. Genau. Deswegen futtert sie auch immer schnell das Feuer auf. Jetzt gibt's hier viel zum Sammeln. Da braucht man ja bald den Jahresplan, um zu wissen, was man wo sammelt. Die Insel ist gesäubert. Okay. Na komm. Dann geht's um. Wir haben ihn getot. Ein bisschen hammer. Wir werden den Rumpf nicht gesäubert. Genau das ist. Ich habe den Reinhard. Ich habe den Reinhard. Das ist gesturparen. Wir werden den Verrückter gesäubert. Gut, das haben wir noch. Äh, aua. Mist. Los. Also dieses Mal klappt es zumindest besser als beim letzten Mal. Ich hab ungefähr... Oh, okay, ich sag nichts mehr. Der Wind. Wind dreht ihn ein bisschen raus. Nicht viel, aber ein bisschen. Ah, und jetzt wieder. Hui, ei, 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 ei. Ja, ich weiß. Wir müssen unser Jubiläums-Umni-Rempler. Den haben wir auf jeden Fall gekriegt. Frächeln. Ich kämpfe aber auch nochmal. So, einmal beruhigen. Und... Okay. Dann einmal das hier wieder. Nee. So. So, und jetzt beruhigen. Manchmal ist es wirklich so ein bisschen verwirrend. Weil ich mir nicht merke, welche Fähigkeit bei welchem Monster was bewirkt. Oh, das haben wir ja eben ganz halbwegs passabel hingekriegt, die zwei Male. Ich glaube, ich muss es einfach öfter spielen. Aber... ...durch Weihnachten, Silvester, Neujahr, war das alles nicht so wirklich einfach. Weil man da halt dann doch mehr Zeit mit der Familie verbringen wollte. Beziehungsweise in meinem Fall halt, wusste ich mit meinem Freund. So, hinten müssen wir rüber auf jeden Fall. Dann habe ich mir hier die Rasselbären noch. Was? Nein. Und ja. War auch schön. Die Zeit haben wir auch teilweise... Also wirklich mal gebraucht. Ähm. Bin aber auch froh, dass ich jetzt wieder aufnehmen kann. Wie gewohnt. Did you check if those Appledews we ate last were fresh? Because I think I'm hallucinating. Right now I'm in the middle of nowhere. And I see a Wadoos turbine. Uh, I'm not sure what a Wadoos turbine looks like. But I'm seeing something as well. Huh. Blut, it's real! I have been dreaming of adding this turbine to the nest! But they stopped producing them over 20 years ago. And I wasn't the only one seeking them out. Do you think it still works? I know it still works. That is precisely why everyone wants one. And the reason why Wadoos went bankrupt. Their turbines are literally indestructible. Haha, handy. I'm guessing you'd like to go back and test it on the nest. Yeah. So, das passt nämlich perfekt, weil dann kann ich nämlich den Part auch gleich beenden. Natürlich machen wir erstmal noch das Jubiläum. Und Wir reparieren Unser Nest. Ah, okay. Dafür brauchen wir mehr Rost. Gut, dann reparieren wir das Nest noch nicht. Dann geht das leider noch nicht. Aber sehr bald fetz ich mal. Okay. Ja, das tun wir auf jeden Fall. Und wir feiern. Steigen wir wenigstens auch wieder auf. Do you remember why we climbed up here? Because we're allowed to do absolutely anything we want. Okay, but wouldn't we be a lot better down there in the grass? This really isn't very comfortable. I like it here. you can feel the nest you can feel the nest You must be the only person in the world who prefers the sound of an engine to silence. On source? You bet. Think about it. We would probably get arrested on top just for doing this. You know, what's it called? Indecent exposure. Not untruth. Really? Nope. As long as there's no deliberate intent to provoke. And how do you determine whether or not there's a deliberate intent to provoke? Hmm. That is the question. Anyway, we'd get arrested on truth just for being together. So, I have no idea how anyone can live like that with all of those restrictions. Don't love each other. Don't walk around naked. Don't drive over 800 lum an hour. You're confusing things. You can't just project every law. Wanna bet? One needs laws as a foundation for a society. If only to protect the weak against the stronger. As if that's what laws are for. Uh, that's what they should be for. I'm just saying, there should only be one law. Don't be a boron. Define boron. define define. Define. Ugh. No, but seriously, everyone knows deep down what is or isn't good. Is that your conclusion after observing the apiary? All right, sure. But in the apiary, people aren't free to do what they want. And that's why it makes them frustrated, angry, self-centered. but if everyone in the world were as free as we are, as happy as we are, don't you think the world would be a better place? I don't think that's possible. The main reason we're happy now is because we weren't before. If we had had this from the beginning, we would have probably found other problems. Such as the fact that the nest roof isn't at all comfortable. Ugh, you have a real issue with freedom. Neue Duo-Angriffe, verbessert Duo-Schuss und Duo-Rempler. Und die haben wir jetzt auch voll aufgewertet. Maximale Gesundheit erhöht. Uh, dann bleiben mir nur noch zwei Sachen. Noch einmal Gesundheit und eine Flutsalve. Ei, 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 ei. Gut. Ich würde dann aber sagen, ich beende erstmal den Part hier. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.